Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Metal Gear Solid. Ja, das letzte Mal haben wir ein tragisches Erlebnis gehabt. Meryl hat's erwischt von Sniper Wolf. Ziemlich tragisch das Ganze. Das Scheiße, wir müssen sie auf jeden Fall retten. Und wir hatten leider kein Scharschützengewehr müssen hierher zurück. Und wenn wir schon hier sind, spreng ich durch die Wand. So, und da gab es ja noch Türen, die man betreten konnte. Ich kann hier keine Nikita einsetzen, willst du mich verarschen? Ja, da mach ich's halt mit dir. Sonst machen die mich wieder platt da hinten, weil da Schusskameras sind. Okay, in der kann ich schon mal nicht rein. So, hier kann ich rein. Und was kriegt man hier? Oh, ne Kamera. Noch mehr Kameras. Und ne Kamera. Ah, du Krampe. Ja, genau. Oh, du findest mich nicht. Ah, du Arschkrampe. Meine Fresse. Okay, jetzt haben wir eine Kamera gekriegt. Damit kann man Fotos hingehen machen. Ja, schießen Sie Fotos von immer, wo immer Sie möchten. Hier in Metal Gear Solid. Und da gab es ein kleines, äh, ein kleines Easter Egg. Man konnte an bestimmten Orten Fotos machen. Ich hab nur nicht, nie rausgefunden, wie das genau funktioniert hat. Und dann bekam man so ganz spezielle Fotos irgendwie. Ich weiß nicht mehr so genau, wie das ging. Äh, hier. So kommen. Und da lass ich das drin. Ich tue so hier nochmal die Räume. Boah, hoffentlich ist ne Ration da. Ne. Okay, der Typ kommt jetzt runter. Ich muss hier weg. Da sind Laserstrahlen. Ja. Boah, diese scheiß Laserstrahlen. Da kann ich nicht reinschauen. Super. Hier ist... Auch nichts außer Munition. Ja, der sieht mich nicht. Und hier war auch nichts anderes. Farmer, Spallet. Stunk Grenade, Jeff Grenade. Und keine Ration. Bevor ich wieder hier rauslaufe, muss ich jetzt warten. Genau. gestellt scheiße das nicht nur oder seit knapp es war nur ein karton ein karton natürlich gucken sie nicht in den Lift rein nein wie soll es der Lift aufgegangen das gucken sie natürlich nicht nach so bitte sagt dass die Leseschranke deaktiviert ist bitte sagt dass sie deaktiviert ist ja sie ist deaktiviert amen da wäre mir sonst das kotzen gekommen lol ok und jetzt liegen wahrscheinlich noch mehr Minen rum und Schusskameras genau das war das Problem hier und gleich da die Minenausrüstung ausrüsten so ja siehste nicht mal weniger es sind verdammt viele danke aber ich nehme die jetzt nicht alle auf hier noch so da vorne liegen sie noch rum nein willst du mich jetzt verarschen ich hab sie doch gesehen Snake ja zum Glück fangen wir wieder hier an und Minenausrüstung war doch nicht schlecht mit der Kiste wenn ich jetzt so überlege ja komm ja gibts mehr Claymore gibts mehr so zieh da nach vorne am Boden liegen sonst explodier ich wieder und da vorne sah ich schon die Kameras ja da ist der Winkel der Kameras vielleicht sehen sie mich jetzt schon wenn ich jetzt die Klemme hier ah ich kann keine Klemme mehr aufnehmen das ist eben auch so eine tolle Sache ich kann die Klemme nicht mehr aufnehmen und dann was ist dann dann muss man sich ja wow bei den Kammern fast aufopfern und man läuft fast rüber ok ok ist auch nix mehr ich muss mal schnell mit dem Fernglas schauen scope so ähm mal nachschauen eh warte da hinten ist ja eine kleine ah da könnte man runterkriechen ich glaube ich mach das schnell ich aktiviere wieder das Minending und ich habe keine Ration mehr ja ok wenn es mich jetzt einmal erwischt bin ich im Arsch ich versuche es trotzdem das Risiko ist es mir jetzt wert ok so 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 kann ich jetzt durch so nein ja schieß auf die Leiche Kamera so und nochmal Snake 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 Kennen wir schon alles oh shit jetzt habe ich oh shit oh nein und nochmal sorry Leute tut mir echt leid das war jetzt einfach dumm ne ich habe jetzt keine Lust mehr auf Minen jetzt gehe ich hier rum die geht schon ab sonst kann ich wieder in den Kegel rein so er will sie mich jetzt verarschen wieso liegt der nicht am Boden hin ich habe gedrückt hört man doch hört man doch Snake 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 und nochmal von vorne Frustration pure Frustration kann ich dann Nikita einsetzen eigentlich explodiere hier ok bringt gar nichts vielleicht kann ich die Kameras die Kameras ausschalten vielleicht bin ich genau auf der richtigen Höhe um sie ausschalten zu können vielleicht na Kamera ja wow wie geil super dann schalte ich auch die andere gleich aus die haben ja einen riesen Radius na Kamera Kameriekamera du bist so die wäre jetzt auch ausgeschaltet und jetzt kriege ich nach vorne hier so Gogo Gadget Gogo Gadget Raketenwerfer Gogo Gadget Claymore Gogo Gadget C4 und dann kriege ich wieder ah ja und das Schausschützengewehr können wir nur so benutzen man hört das Herz nur so können wir es benutzen nicht anders nur so warte mal wenn ich jetzt auf dieser Erhöhung bin kann ich auch die anderen zwei Kameras schnell ausschalten und das machen wir doch gleich ja genau die zwei genau die bam und die nächste bitte nächste bitte da da liegen ja auch wieder voll viele Minen rum man wundert dass die Soldaten noch nicht dran gelaufen sind da liegt wieder einer rum aaaah hier so ah super der ganze Aufwand für den Düppel ich dachte schon eine Ration wäre hier drin hat mich geirrt so und jetzt gehe ich alles außen rum fickt euch ich habe keine Lust auf Minen ah ich weiß nur eine Nation liegen könnte die 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 vom 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 ja hier liegt einer rum und natürlich haben wir noch schnell hier von hier oben wo ist es ja es geht nach schnell nicht dahin da vorne mein Lieber so wo können wir Sachen haben auf jeden Fall da ist dieses Ding und sonst nichts da oben ist die Kamera tra la la tra lolo ok äh boah scheiße ich muss mich heilen das geht nicht anders ah unten war noch Stufe 5 unten war noch was mit Stufe 5 aber ich warte jetzt mal jetzt äh mach ich schnell die Sniperfrau da platt und dann geh mir danach da hin warte mal ich kann jetzt aber was anderes machen boah meine Waffen sind noch nicht gesperrt das heißt der stirbt der stirbt ha ha ihr kennt mich alle mal am Arsch der oben kann darf nicht ah komm er müsste ein bisschen rüberkommen da kann ich ihn ah da kann ich ihn erschießen ey zieh nach oben jetzt müssen wir schnell warten ganz geduldig wenn er nicht ah äh 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 und wow ich habe ihn überhaupt nicht getroffen das waren noch Zeiten sind da noch irgendwelche Leute nein das ist super ah amen nur noch die Kamera die uns immer noch das Leben erschweren könnte die wir aber gekonnt umgehen mehr oder weniger bum 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 schön rundherum schauen ich brauche nämlich eine Ration dringend bum 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 hier liegt sonst nichts rum da noch mal ein Chef-Grenade zum Glück könnte ich das Scharfschützengewehr einsetzen aber ein Wunder dass sie mich nicht entdeckt haben Granaten die brauche ich nicht ne ich kann ja schlicht 200 Meter mit der Granate rumschießen das geht ein bisschen schlecht zu ein Visieren und dann und dann fliegt die Granate zu 200 Meter wieder wieder Handyweitwurf ich weiß nicht ob ihr aber schon mal was davon gehört habt in äh wo ist das in Finnland das Land des Nokias äh da gibt's ein ich sag mal so ein Wettbewerb Handyweitwurf und irgendwie flog das weiteste Handy ich bin mir da nicht sicher ob es 192 oder 92 Meter waren ja der konnte es und ich glaube das wird sogar noch als offizieller Sport anerkannt oder so ja das ist äh ganz eine spannende Sache aber hier sind wir jetzt nicht in Finnland wir sind hier in Alaska und da vorne sind sicher Gegner drin Gegner jawoll ah hier drin liegt wieder Zeug rum hier kann ich wieder nicht rein aber hier der andere der ist noch am Klo da wird danach sicher auch noch kommen und uns hier das Leben erschweren ah die Azefam das haben wir ja schon genug so Farmas haben wir auch jetzt voll den da draußen wow wir können so viel Munition schleppen den erschießen wir noch schnell so äh immer noch nichts ah warte so und der da draußen hat auch was liegen lassen ah wow mit wow 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 so ok der ist auch tot vielleicht auch lässt auch nichts spannendes fallen armen wir haben rationen eine zu das leben ist auch einigermaßen voll war super die kittige 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 jetzt guckte schnell aufs klo nach ob da vielleicht noch was da wäre man weiß ja nie ob jemand was eine ration vergessen hat auf dem klo ja gewöhnlich ist man ja auch die ration das ist so vorgeschrieben vom militär genau und ich bin der papst hier liegt keine ration mehr rum aber übrigens das ist eine 3d die nächstes ein modell bei der rolle kam ich sag mal ist ein modell Prozent von den sendentürmen sendetürmen Munition vor auch wir brauchen ja Munition so vielleicht liegt ja hier hinten nach was ja Amen 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 wieder nach sich gerät so NWG NWG und hier liegt doch noch eine ration rum Amen ja langsam jetzt sieht es sehr gut aus solange uns die Wölfe jetzt nicht wieder eingreifen bevor ich noch einen Kotzanfall bekomme weil sie mich angreifen weil es mich so sehr aufregt weil es mich so sehr aufregt na Wölfchen lass mich jetzt bloß in Ruhe ich bin Käschen ich muss schauen weil ich bin mir nicht sicher ich glaube es waren sogar drei Räume oder auch nicht ne es könnte sein ich bin mir nicht sicher ah hier hinten liegt auf jeden Fall auch Zeug rum da konnte man falsch laufen toll 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 und da unten war das doch jetzt ich sehe wieder einen Scheiß jetzt muss ich wieder die Kartonkiste weg machen ja genau hier war das da Ration äh ah Diazepam genau PSG1 Munition natürlich wichtig die brauchen wir und jetzt unbedingt wieder die Kiste ja 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 ganz ruhig ey ganz ruhig habe ich gesagt ich bin der Kistenmann ich bin der Kistenmann ich stehe jetzt auf so Kiste äh okay wieder zur Kiste und die Kiste wieder weg und unten durch oh sie sind wieder böse sie sind wieder böse so am besten gehen wir wieder so durch sonst hallo Wölfchen ja ah die benutzen wir doch grad ah Amen Kiste wieder hier und hier rein und bevor wir wieder hier reingehen beende ich diese Folge und sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss und hier rein 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 und hier Vielen Dank.